Wenn wir aufsteigen, schaffen wir das auch wieder alles. Weil ich will hier noch Laternen hinstellen, also das muss jetzt drin sein. Ja. Hallo, die Tomaten fühlen sich sonst nachts alleine. Das sind Nachtschattengewächse. Der sieht auch aus, wenn der sich hier lockt. Ja. So, ich guck dann mal schon mal, ob es da reinfasst. Ich hacke deine Katze. Ah, du hast auch den Mond genommen. Dauert zu lang. Was hab ich genommen? Den Mond. Den Mond? Na, für deine Katze. Ich will mal was gucken. Ich will mal was gucken. Ach so. Oh, Nase, hör auf zu jucken. Soll ich hier noch, kann man, hier kann man noch Zaun weiterbauen. Soll ich den noch weiterbauen? Ja, mach ruhig. Das hätt ich auch noch gemacht. Aber ich wusste noch nicht, inwiefern, wie ich das hier haben würde. Ja, zur Ackerabgrenzung sieht das doch gut aus, ne? Oder was sagst du? Gut, ich hätt das sowieso noch fortgesetzt. Aber hier wollte ich das noch haben. Ja, sehr schön. Hast du gut gemacht. Und ich hab mal überlegt, dass wir dann halt wirklich halt auch die Tore nutzen. Hm? Wollt das von der Optik her, ne? Ja, dass wir uns auch mal gucken, dass wir nicht einmal hier so... Und was ist mit diesem hier? Würdest du hier noch in der Reihe ran machen? Klar, da kommt doch ganz viel. Ach so. Ganz viele. Wow. Aber ich ernähre mich klein. Ja, alles mit einmal geht auch nicht. Würde schon gehen, aber müssen wir uns ja auch an andere Positiven ersetzen. Ja. So. Zum Beispiel liegen Fischern. Fischerfisch und Bohnen haben wir fertig. Karotte brauchen... Wir brauchen 30 Karotten. Warte mal, hier hinten war noch Platz. Ist jetzt Karottenzeit? Ich will mich nicht mal verhacken. Ja, es ist Karottenzeit. Ich mache hier hinten lauter Karotten, wo Platz ist, ne? Ja, da wird ordentlich Platz sein. Ach, guck mal, hier vorne ist auch Platz. Dann helfe ich mal mit. Ich schauchle auch in unsere Katze. Das ist Spritverschwendung. Oh, die Tomaten sind wieder zum Wässern bereit. Ja. Wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Ach so. Das ging ja schnell. Kommt das mir zuvor oder brauchen wir über der Zeit immer weniger Sprit? Ich weiß nicht. Wir hätten ja auch mal gucken können. Es gibt ja auch andere Traktoren. Ja, das kann natürlich sein. Wir können ja mal gerne... Ja, das geht ja nur offline. Ja, wir können ja mal kurz... Buschern. Oh, mir juckt das. Ah, hier gibt es was. Hier gibt es Diamanten. Ich kann ja auch mal gucken. Da hinten müsste es auch wieder Diamanten geben. Du, äh, guckst du mal zu mir? Ich bin hier hinten bei der Mühle in der Richtung. Kannst du mich... Ich sehe dich gar nicht. Ach, da hinten. Da, mit dem Drecke. Oh, das sieht geil aus. Ich bin gleich fertig. Oh, ich gucke. Diese Bäume hier, wo ich jetzt bin. Hä? Die können wir doch auch... Die bringen was und die können wir doch auch als Dekoration nehmen. Die würden mir an der Straße besser gefallen zum Beispiel und am Zaun als diese buschigen Bäume. Oh, meine... Die Krone ist hier viel schöner, ne? Oh. Können wir machen. Futter für die Tiere. Oh, Schmetterling. So. Ja, wir kriegen Diamanten. 313. Oh, ist das schön hier. Ich würde schon gerne nochmal luschen im Hauptmenü, ob da was Neues gibt. Und wir nehmen schon wieder eine Stunde auf. Ist das ein scheiß Spiel? Ja, warte ich, die ganze Lias. Aber schalte vorher die Cloud-Speicherung ab. Ja. Geil. Da hatte ich so eine Angst, wo du das mal erst mit der Festplatte hast. Mit Raft und Don Starf. Aber Don Starf war, glaube ich, Cloud gespeichert, ne? Ja. Bei Raft bin ich mir nicht sicher. Ich muss jetzt mal was trinken. So, das sieht schön aus mit den Blümchen und so. Was habe ich? Sprit ist bei mir voll. Hier kann gegossen werden. Oh, ich habe schon wieder Space gedrückt. Das ist gefährlich. Aber da stand schon was, ne? Konnte nichts hinbauen. Steht denn da hinten? Ich gieße hier mal, ne? Ach, Diamanten. Ja, her damit. Das waren aber nur fünf. Ich bin auch hier hinten bei den Bäumen. Achso. Oh, drei Minuten ist Bäume. Wir haben das mal. Das ist Apfel. Da komme ich mir wieder zurück. Warum schließt man da im Pond rein? Das hätte ich auch. Dann liegt die nicht richtig. Liegt die auf irgendwas auf, das auf den Nerv drückt. Ich habe Nerven? Vielleicht. Die sind schon alle abgestorben. Oh, das gefällt mir. Da kommt viel in Alkohol. Wo bist du gerade? Hier. Das hier. Nach da. Ja, ich gieße das jetzt. Achso. Ich gieße das jetzt schnell mit der Hand hier, ne? Ja. Die Möhrchen. Wenn wir geerntet haben, mache ich dann das mit dem Latten her. Genau. Dann schwebt mir die linke Hand ein. Und jetzt die nächste Hand auch. Ja, wenn man älter wird, passiert sowas. Oh. Mit 18 kann ich da so nicht mehr da warten. Nö. Bis kurz vorm Abnippel. Immer hin. War ein schönes Leben. Auch wenn es kurz war. Aber es ist wenigstens einen neuen Rucksack. Ja, ne? Den nehme ich mit ins Grab. Oh nein, was macht das Tiger ohne mich? Die tut durch. Ja, den hättest du hier die Katze schwarz machen müssen eigentlich. Ey, die geht leider nicht schwarz. Nee, ich weiß. Das ist ja auch so ein bisschen störend. So, mit den zwei Tankstellen war eine sehr gute Idee. Spritprobleme haben wir nicht mehr. Sehr schön. So, jetzt gehe ich mir oben mal bei meinem Weizen gucken, was der so sagt. Nicht viel. Nö, der braucht auch nicht viel. Na, der könnte aber gegossen werden. Dann beschleunigt man das noch ein bisschen. Solange wie wir online sind, kann man das ja machen. So, das ist ja ein kleines Ding. Den hab ich bestimmt noch nicht, ne? Die anderen haben alle Wasser. Winter! Das können wir ja ein schönes Ding machen. Ah, meine Kaninchen haben Hunger. Hm. Bohnen. Wow. So. Böhnchen. Der Olli. Äh, der Sebi. Herrlich. Ich mag da ne kleinen. Ecke. Wie sieht's schon mit dem Zaun nicht anders gesagt. So. Hier kommen nämlich Zauntore. Was hab ich jetzt perfekt gemacht? Keine Ahnung. Zauntore. Ich hätte, ich hätte hier jetzt Weg runter gemacht. Zwei, so ne, so ne Ast. Hier war schon Weg. Hier war schon Weg. So ne, so ne, du weißt schon, so ne Plattendinger. Nö, ich hab hier Grasweg gemacht. Ach so. Das passt doch optisch besser. Na gut. Hast du auch recht. Weil wenn da zwei Steine sind und der Rest ist Gras, ist doch, glaub ich, nicht so. Hätte er aber einheitlich ausgesehen. Oh, scheiße. Hätt ich gemacht. Ne, einheitlich ist es hier mit Gras. Aber so die Älteren, die haben ja immer andere Ansichten. Mhm. Super. Außerdem passt das hier nicht hin. Sagt das Spiel mir. Also muss der Gras hin. Warum auch immer. Hallo. Ja, ich überleg grad was. Ich würd hier aber dennoch gern andere Weintrauben anbauen. So. Hier geht's weiter. Hier kommt ja nachher unsere Weinecke hin. Hier heulen wir immer. Ich geh mal nach den Kühen gucken. Wie geht's denn euch? So. Haben wir das schon mal. Ein bisschen Sprit. Eigentlich müsste man hier auch ne Kuhweide bauen, ne? Mh. Wollen wir die Tiere denn hier hinten lassen? Vorerst, ne? Bis wir hier was anderes finden. Denn... Wie die Bäume halt. Ja. Wegen Tiere und so. Ich guck mal was. Tatsächlich, das sind Zypresse. Schafe sind teuer. Und Ziegen. Was ist das? Ja. Das Schwein ist so hübsch. Ja, dann kauf es. Ich möchte gern zwei Schafe kaufen und ein ganz besonderes Schwein. Warte. Ich muss Preisklasse kosten. Die sind teuer. Das sind sechs, fast zehn. Dann mach aber zwei besondere Schweine. Das muss einheitlich sein. Gut. Aber die Schweine wollten... Na gut, mal sehen. Du machst das schon. Wie es am besten aussieht. So, jetzt haben wir auch Schafe. Wolle. Wolle, genau. Hier muss gegossen werden. Hm. Aber das war ja so. Die... Waren ja sehr fliegebedürftig. Ob man die ja auch so nackig machen kann, die Minecraft? Die Schafe? Hm? Ich glaube, das wäre schon schön. Geht wieder rund. So. So. Ach, schnell. Ich bin hier, Mann. Äpfel müssten doch eigentlich... Das musste doch eigentlich auch schon wieder so weit sein. Oder? Was ist so weit? Äpfel. Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe die geerntet. Ah, die Pilze sind fertig. Nee, äh... Diamanten, meinte ich. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Ach so. Schön. Ich mache das jetzt nochmal. Ja, mach das. In drei. In zwei. In eins. Und geht. So. Schön. 200 bringt immer ein Pilz. Die lohnen sich auch eigentlich, ne? 221 bringen die. Na ja, was kostet so ein Pilz? Weiß nicht. 170. Naja, 50. Na, Ertrag ist 40. Wir müssen ja noch die Felder hacken. Hast du recht. Die darf man auch nicht vergessen. Die müssen auch gehackt werden. Die kosten ja auch nochmal 10. Aber macht man 40 gewinnen, ist nicht, nicht wirklich etwas. Nee. Ist eigentlich gar nichts. Ein Zubrot. Aber es ist ja auch mehr Deko. Das ist die... Das ist ja der Pilzstein. Ah, hier sind die Korten schon fertig. Ah, das ist schön. Endlich. So. Baumwolle könnten wir noch. Aber die brauchen wir jetzt gerade nicht, ne? Hm, noch nicht. Das ist nicht. So. 170 Kostenpilz, genau. Oh, Schäfchen. Ja. Wo ist das Schwein? Nee, die Schweine wollte ich mal gucken. Die wollte ich eigentlich bei den anderen beiden Schweinen. Ich wollte die Schweine zusammen machen. Ach so. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Ach so, ich muss auch noch gießen. Ja, ich bin jetzt bloß gerade mit den Pilzen beschäftigt. Sonst hätte ich mich schon gekümmert. Schöne Pilze. Fußpilze. Scheidenpilze. Diffpilze. Die schmecken doch am besten. Schimmelpilze. Röhrenpilze. Stinkpilze. Stinkpilze? Ja. Sind die neu im Angebot? Ja. Was sagen denn meine Bienen? Brauchen die irgendwas? Oh, ich kann angeln. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Oh, gestern war ich hier ganz schön mit Durst. Da habe ich gestaunt. Drei tropische Fische. Toll. Packer ist denn zufällig Fußball? Ich glaube ja. Naja, dann weißt du, warum was los war. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch neun Kartoffeln. Oh, schön. Und das kannst du hier außen noch mit Zaun versehen, ne? Ja, das kommt ja noch. Oh, schön. Oh, die Karotten sind fertig. Ich habe mich erstmal um die Quest. Weil hier kriegen wir keine Schweine, ne? Hm, weil die Äpfel vorne und die Karotten werden dann auch danach fertig sein. Kann man gleich alles einheitlich machen. Weil hier kriegen wir keine vier Schweine hin. Oder ich mache... Ich mache... Ja, gehst du da hin? Ich mache... Ich mache... Ne, hier ist der Weg. Ich mache die Schweine hier hinten hin und baue dann... Ich baue hier so ein kleines Gehege für die Schweine. So ein 4x4-Ding. Das werde ich machen. Erstmal werden wir die füttern. Dann machen wir Z. Und Z. Und auch mit dem Tor. Ich habe euch doch gerade gefüttert. Das war jetzt doof. Kuh. Tier. Schwein. So. Zaun. Du bist noch da, ne? Ich bin da. Bist du gerade konzentriert? Oh, ich habe mich gerade vertieft. Weil ich gerade überlegt habe, wie ich das mache. Kann schön sein. Ja, muss es. Hier wolltest du den Stein haben. Dann mache ich das. Weil das müsst ihr... Wenn ich nicht mehr hacken würde. Hier sollte das ja dann, glaube ich, gehen. Standig. Lieber, das geht. So. Und... Kuh. Tor. Nein. Nicht entfernen. Kuhnestall. So. Das ist aber schön. Das gefällt mir. Gibt es eigentlich auch einen Schweinestall? Weiß ich nicht. Ne, das sind die Dinger. Hier. Scheune. Ein Wassertrog. Ein Lagerfeuer. Bergzeugschuppen. Hühnerstall. Hier kommt noch so einiges nachher. Irgendwas mit... Für die Kühe kommt auch noch was. Ein Fußballtor. Und ein Segelboot. Geil. Ach, und eine große Stallanlage. Die kommt nachher. Oh, ein schicker Brunnen. Äh. Da kann ich jetzt nicht anders. Das tut mir leid. Das muss sein. So. Das geht nicht anders. Nein. Das geht nicht. Ich bin ja hier auch gerade nicht sparsam. Miep. Ich überlege gerade, wo ich den hinstelle. Da kann ich ihn nicht. Wo kann ich das hinstellen? Nein. Guck mal. Ich bin ja hier. Bei mir. Oh, geil. Ein Gartenzwerg. Ja. So, ich habe jetzt die Steine hingemacht. Ja. Wie du es wolltest. Ich glaube, wir kriegen das hin mit den Karotten. Das denke ich auch. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt hier mit dem Päcker hinbegebe? Ja, da kannst du es da so ernten. Da kann nur eins entweder ernten oder... Genau. ...ließen. Nein. Das ist ein Gartenzwerg.